Zwei Handfeuerwaffen in Red Dead Redemption 2 verwenden. Ich zeige euch in dem Video welche Quest ihr dazu braucht und wie ihr es verwenden könnt. Ein hallo von mir herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zum Video zu Handfeuerwaffen. Wie man sieht ich habe hier zwei in der Hand, denn es gibt hier eine Option die man sieht in der Mitte. Man kann entweder eine Hand immer ausrüsten oder eben zwei gleichzeitig. Hier wie in diesem Fall habe ich zwei Revolver ausgerüstet und ich habe schon öfter so gelesen, dass die Leute nicht wissen wie das funktioniert. Und zwar man bekommt diese Quest im Zuge der Hauptgeschichte und die Quest ist von Mika Bell. Man sieht hier Selig sind die Sanftmütigen. Das ist diese Quest, man bekommt die in der Nähe von Strawberry. Ihr müsst hier im Kapitel 2 sein, um diese Quest zu bekommen. Und als Questbelohnung bekommen wir eben einen Schaft. Der liegt bei uns fix im Inventar drinnen. Das heißt hier in der Ausrüstung im Compendium, hier sieht man dann eben, hier ist dieser Questgegenstand, die Questbelohnung. Dieser zwei Holster ermöglicht es dir zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig zu ziehen und abzufeuern. Wenn ihr eben diese Quest beendet habt, dann bekommt ihr eben dieses Ausrüstungsteil. Wie ist die Waffe beziehungsweise wie ist das Menü zu verwenden dazu? Man kann es auch wenn man Pferd oben sitzt verwenden. Also das ist kein Problem. Ich spiele es jetzt auf der Playstation. Mit L1 hole ich mir eben dieses Menü. Kann vorher mit dem rechten Stick auswählen. Zum Beispiel hier eben, dass ich hier zuerst die Waffe auswähle. Das kann ich mit L2 oder R2 machen. Man sieht es ist auch angeschrieben. Wenn ich das jetzt ausrüsten würde, ich habe zwar für die Karmunition, aber ich lasse die jetzt mal drinnen und wechsle die auch noch. Und dann ziehe ich einfach hier hinauf in die Mitte. Dann wechselt da eben jetzt diese Waffen. Man sieht, ich habe jetzt die Waffen gewechselt. Und das funktioniert natürlich nicht nur am Pferd, sondern auch natürlich, wenn man vom Pferd herunter steigt. Einfach eben jetzt. Er hat jetzt eine nur in der Hand, denn ich bin vom Pferd abgestiegen. Wechsle jetzt einfach hier in dem Menü auf diese zwei Waffen Option. Und jetzt habe ich ihm beide Waffen in der Hand. Und hier funktioniert auch ganz normal. Man kann die ganz normal ziehen. Er zielt auch ganz normal. Ich wechsle nur mal die eine, dass ich auch hier eben schießen kann. Was ich habe jetzt einfach nur gewechselt. Das heißt, ich muss natürlich vom Pferd holen. Ich habe jetzt hier meine Waffe gewechselt. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt links die angewählt, eben diesen Revolver. Rechts diese abgeseckte Flinte. Und ich kann beide mit dieser mittigen Option anwählen. Wenn ich jetzt allein so auslöse, habe ich jetzt beide in der Hand. Man sieht, er zielt auch mit beiden. Und er würde auch eben, wie man hier sieht, mit beiden schießen. Nachladen tut er ihn dann parallel. Und sobald ihr wieder eben schießen könnt, es sind beide Magazine leer. Dann er magaziniert beide wieder auf, wie man sieht. Und ihr könnt dann die Waffen ganz normal wieder verwenden. Ich hoffe, diese kurze Übersicht über diese Waffen Option hilft euch weiter. Ich wünsche euch um Kommentare, Like, und natürlich ein Abo freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.